Musik 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 Bleib stets korrekt, spiel fair. Trainer, du sagst uns immer, wir sollen uns stets an die Regeln halten. Aber manchmal muss man doch schummeln, um zu gewinnen. Da möchte ich euch Sri Rama, einen weisen und lebenserfahrenen Mann, vorstellen. Er hatte noch drei Brüder, Barata, Laksmana und Shatrugana. Als Sri Rama zehn Jahre alt war, spielten seine Brüder das Spiel Abwerfen. Sie teilten sich in zwei Teams auf. Barata und Shatrugana bildeten ein Team, Laksmana und Rama das andere. Wenn so ein Wettkampf stattfindet, ist das wichtigste Ziel, wer gewinnt. Habt ihr alle den Ehrgeiz zu gewinnen, wenn ihr ein Spiel spielt? Natürlich, jeder hat doch den Ehrgeiz zu gewinnen. Aber wollt ihr den Sieg, um jeden Preis auch ohne die Regeln einzuhalten? Zurück zur Geschichte. Die Spielregeln waren wie folgt. Beide Teams stehen sich in ihrem Spielfeld gegenüber und versuchen, einen aus dem anderen Team abzuwerfen. Wird der Ball fallen gelassen, erhält das Werferteam einen Punkt, wird der Ball gefangen, dann erhält das Fängerteam einen Punkt. Rama war ein gekonnter Ballfänger und so gewann er und Laksmana alle Spiele. Mantara, die Dienerin, schaute dem Spiel zu. Sie ärgerte sich, dass Barata stets verlor. Als die Teams eine Pause machten, ging sie zu ihm und sagte, Du darfst das Spiel nicht immer verlieren. Du musst versuchen, um jeden Preis zu gewinnen. Wie soll ich das machen? Rama ist einfach zu gut. Wirf den Ball direkt in Ramas Gesicht. Er wird nicht fähig sein, ihn zu fangen. Aber wenn ich es mache, ist das unfair und vielleicht verletze ich Rama sogar. Das ist außerdem gegen die Regeln. Wir dürfen den Ball nicht direkt ins Gesicht werfen. Das macht es aus. Dadurch gewinnst du aber das Spiel. Ich würde lieber das Spiel verlieren, als Rama zu verletzen. Das Spiel wurde fortgesetzt. Aber als Barata den Ball auf Rama war, ließ dieser den Ball fallen. Und im weiteren Verlauf des Spiels fing Rama immer öfter die auf ihn geworfenen Bälle nicht. Das machte Laksmana seinem Partner wütend. Du lässt doch die Bälle absichtlich fallen. Wenn wir das Spiel gewinnen, sind nur zwei von uns glücklich. Wenn Barata und Shatrugana das Spiel gewinnen, werden alle vier von uns glücklich sein. Wir gewinnen doch ständig. Lass Barata und Shatrugana mindestens einmal ein Spiel gewinnen. Dieses Verhalten zeugt den beiden Teams von Brüderliebe. Barata will Rama nicht verletzen. Sogar wenn er jedes Spiel verliert. Rama fängt Bälle absichtlich nicht, um Barata glücklich zu machen. Zeige auch du deine Fairness und verhalte dich so, dass auch ein unterlegener Gegner noch Freude am Spiel und am Wettkampf hat.